Jo, was geht ab, Leute? Ich spreche HFT auf 16bars.de, weh, weh. Ah, leh. Das war die Idee von meinem Manager. Das ist der alte Kanzler Helmut Kohl. Ein Tschabu. Hat auf jeden Fall das Land um einiges erleichtert. Wir wollten ein Shirt machen mit Helmut Kohl. Aber wir hätten wahrscheinlich rechtliche Probleme bekommen. Das ist unsere Klamottenmarke, die wir gerade starten. Das ist ein Entwurf, den wir dann auf Facebook gepostet haben. Wir wollten Helmut Kohl, Belosconi oder Uli Hoeneß. Also der Herr Giersdorf. Was heißt der? Der Fabian. Hier links Politiker mit Bierflaschen in der Hand. Sehr vorbildhaft auf jeden Fall. Vorbildhaft. Der hat halt diesen Slogan benutzt. Ich hab was wissen, wer der Babu ist. Ich fand's am Anfang eigentlich sehr lustig. Aber dann hat er irgendwie ein komisches Statement gemacht auf seiner Facebook-Seite und auf seiner Wahlprogrammseite. Hat er irgendein komisches Posting gemacht. Und dann haben wir uns aufgeregt und haben gemeint, Alter, warum schreibt er so was, weißt du? Und stellt uns so, äh, keine Ahnung, alter. Erniedrigt uns so, weißt du, welch mal ein bisschen? Aus dem Grund haben wir gesagt, nee. Darf ich das sagen? Ja? Ja, bei euch, aber ich hab keinen Bock, dass er mir irgendeinen Brief schreibt oder so. Nee. Kannst ja piepen. Chabos wissen, wer der Worrelein ist. Ja. Da haben wir eigentlich nichts gemacht, ne. Weil er auch nicht irgendwas komisches geschrieben hat, gell. Ist auch ein älterer Herr, wie ihr seht. Krass. Gab's, glaub, noch nie in Deutschland, oder? Das ist ein Songtitel zum, äh, das Programm. Zum Politiker-Slogan wird, Alter. Hat, glaub, auch noch nie jemand geschafft, ne. Ein paar find ich lustig. Und, äh, ja. Ja, zeig mal, was du hast. Hahaha. Hahaha. Was für Wichser, Alter. Was hast du noch? Ja, das ist schon ein bisschen lustig auf jeden Fall. Hab ich schon ein bisschen gelacht, aber was... Hast du noch eins? Was ich auf jeden Fall am lustigsten fand... Ach, das Bild zeigen. Was am lustigsten war, fand ich dieses ekelhaft, wo ich so auf dem Boden liege und mich bepisst hab am Bahnhof. Das fand ich richtig lustig auf jeden Fall. Das ekelhaft Bild, wo ich so auf dem Boden liege und so überall pisse und ich hab so Bier in der Hand. Das fand ich oberkrass, da hab ich mich totgelacht zu Hause. Ekelhaft. Das war die Esche-Verleihung, da hab ich auch vis-à-vis getroffen. Haben kurz gequatscht, ne. Justin, du warst auch da, ne? Du warst nicht da? Ja. Cooles Outfit, ich glaub. Alle haben über mein Outfit geredet, ne. War krass auf jeden Fall. Mit meinem Versace-Hemd und meinem Pelzmantel. Sieht doch gut aus, oder? Nächstes Mal geht wieder. Aber nächstes Mal nominiert. Bushido. Sonny Black, Album, Cover. Ja, ist auf jeden Fall krass, wie der jetzt gerade wieder abgeht, Alter. Drei Länder Gold gegangen. Respekt nach wie die Frau. Ich hab die Singles gehört. Und, äh, ja. Auf jeden Fall Hardcore wieder, ne. So, wie man's eigentlich gewohnt war von ihm, so. Ich arbeite grad an meinen Sachen. Und er macht seine Sachen. Wir haben unseren Song gemacht, so. Wir haben uns einmal getroffen, hier in Berlin. Und, ja. Man sieht sich bestimmt noch in Zukunft, oder so. Es war so gewesen, wir wollten das Ding echt machen erst am Anfang, so. Und, äh, er hat sein Album dann gesagt, ich muss erst ein Solo-Album noch mal machen, so. Und dann hab ich mir gesagt, komm, ich konzentrier mich auch auf mein Album. Und so ist es dann geblieben, so. Verblieben. Habe ich mitbekommen. Krass auf jeden Fall. In zwei Tagen Gold gegangen. Freitag, Samstag. In drei Tagen. Ja, heute ist Montag auf jeden Fall. Und, äh, am Freitag ist Kollegah sein Album gekommen. Krass, Alter. Respekt auf jeden Fall. Der Junge verkauft Platten, der geht grad mies durch die Decke. Respekt auch hype-mäßig und so. Übertrieben, Alter. Krass auf jeden Fall. Was soll ich da? Weißt du, da hab ich nichts verloren. Was soll ich bei DSDS, Alter? Soll ich da hingehen und da irgendwelche komischen Leuten, die ich keinen Bock hab in die Fresse gucken, mit denen reden und denen Hallo sagen und, äh, hey, ja, ho. Ist nicht mein Ding, Alter. Ich hab keinen Bock drauf gehabt. Auch, ja, ja, egal wie viel Geld die mir auch geboten hätten. So, weißt du, das hab ich jetzt auf gar keinen Fall gemacht. Ich hab ja auch zum Beispiel eine Anfrage von Big Brother bekommen, so, weißt du, über Big Brother mitzumachen und so. Da hab ich auch eine brutal übertriebene Summe gesagt. Hätten die dir doch wirklich zugesagt, hättest du das vielleicht gemacht, so, weißt du. Aber die haben dann direkt gesagt, nee. So DSDS, Alter, was soll ich da? Die haben mich zweimal angefragt, glaub ich. Mach ich auf keinen Fall. Nee. Also außer die Jury ändert sich schon. Da sitze ich in zwei, drei Jahren, sitzen da ganz andere Leute. Zum Beispiel Sido, was er auch niemals machen würde, denke ich. Und ein Crow oder so, weißt du. Da würd ich auf jeden Fall in der Jury sitzen wollen. So, bisschen Lacheracher. Ich hab das ein, zwei Mal geguckt, so. War das interessant. Also ich hab geguckt, wie die da, jetzt, wie das da läuft und so. Das hat sich ja geändert und so hab ich gehört. Dann wollte ich mir das mal ansehen. Hab ich mir das mit meiner Freundin angeguckt und ich fand's einfach nur uninteressant und, äh, behindert. Ich hab gehört, auch die Einschaltquoten sind voll runtergegangen, so. Sollen nicht mal so gut laufen, ne. Naja, dann brauchen die einen Haftidee, oder was. Der einfach auf Behinderter macht, oder was. Und der da hinkommt und irgendwie die Leute zum, animiert und zum Lachen bringt, oder was, Alter. Nee, nee, Alter. Sollen sie sich ficken. Keinen Bock auf so einen Scheiß. Ich hab heute nur Zeitung gelesen, ich hab gesehen, wer gewonnen hat. Ja. Ich weiß, ich hab's nicht gesehen, Alter. Ich hab auch gehört, Sido war in der Dings, ne. In der Jury, ja. Sigi, Alter. Hat Sigi auch für ihn gevotet, Alter? Juckt mich auch nicht. Uninteressant, Alter. Ich bin auf Tour, Action Jackson Tour 2014, bin mit einer Band unterwegs. Ich hab Benny Blanco dabei und hab einen Bassist, einen Schlagzeuger und einen DJ. DJ Max aus Berlin ist dabei, der hier im Tube Club aufliegt. Wird übertrieben krass, die Tour kommt alle vorbei. Wir rocken auf jeden Fall. Am 13.06. sind wir in Köln, am 14.06. in Berlin und am 15.06. in Hamburg, Alter. Kommt alle vorbei. Arslag, Motherfuck!